Von überall aus arbeiten. Auch von zu Hause. Oder eben mal unterwegs mit dem Handy. Ah, wieder der Simple Desktop. Ja, da steht ein Server. Da kommt jemand, zieht eine Platte raus und der Server könnte jetzt hier kaputt sein. Ja, steckt mir die Platte einfach wieder rein, eine Samsung SSD. Die Kiste ist aus. Platte rein. Und anschalten. Deckel zu. Boxmocks mit ZFS neu booten. Zehn Sekunden warten. Abgekürzt. Gucken, was los ist und der Rate ist wieder in Ordnung. Keine Fehler. Aber was ist, wenn jemand Fehler macht, was löscht und einfach so eine virtuelle Maschine von heute auf morgen nicht mehr funktioniert? Ja, wir starten das Ding und es ist einfach weg und alle Leute müssen arbeiten. Viele Leute müssen arbeiten. Übel. Oder was ist, wenn jemand hergeht und sagt, ich lösche mal so richtig alles, inklusive dem Boxmocks Hypervisor. Einfach alles weg, was dann passiert ist. Ja, der Trojaner löscht und löscht und löscht und löscht. Und ihr habt eigentlich keine Chance mehr, da irgendwas nochmal lauffähig zu bekommen. Dann sind keine Daten mehr da, keine Arbeit und alles ist kaputt. Auch dein Boxmocks. Nimmst einen USB-Stick mit Boxmocks. Steckst ihn drauf. Schaltst ein. Installation laufen lassen. Steuerung Alt F1. Steuerung C. Z-Pool Import. R-Pool oder Minus A. Snapshot-Liste auf Migration. Snapshot zurückrollen. Ja, gucken, ist wieder da die virtuelle Maschine. Das Ganze nochmal mit Route PVE1. Das ist das Betriebstem von Boxmocks. Enter und Reboot oder Reset an der Stelle. Und voila, Boxmocks geht wieder. Ende des Märchens? Nein, das ist kein Märchen. Und hier ist die neue Folge Sysops TV. Hallo zu einer neuen Folge Sysops TV. Und heute wollen wir mal alles, was an Windows irgendwie lästig ist an Sicherheit und an Aufräumarbeiten und Pflege anfällt, uns irgendwie vereinfachen und loswerden. Willkommen! Und hier ist ja wieder der Christian Zengel von Sysops. Ich habe euch heute ein schönes Thema mitgebracht. Und da soll es darum gehen, wie wir in kleinen Unternehmen mal für Ordnung sorgen. Ausgangssituation relativ gleich bei vielen. Kleines Unternehmen, drei bis fünf, acht, zehn Mann, haben jede Menge Windows-PCs rumstehen. Oftmals noch Windows 7. Und die will man jetzt irgendwie alle loswerden. Und die Problematik ist einfach, dass man jetzt anfangen müsste, alles abzudaten, SSDs zu kaufen, neue Rechner zu kaufen, Benutzerprofile umziehen, Antivirus-Software kaufen, vielleicht die Installation noch zu sichern, Daten einzusammeln. Und das ist ein bisschen zu kompliziert. Und deswegen haben wir uns bei uns entschieden dafür, für solche Kunden ein schönes Setup zu machen mit einem kleinen Server, wo wir dann das Haupt-Windows drauf installieren, als Windows 10. Das Ganze mit Windows Thermal Services mit Zinstuff so erweitern, dass mehrere Leute gleichzeitig drauf arbeiten können und dann später die ganzen Benutzer Daten und Profile einsammeln und konvertieren. Das Ganze auf einem schönen HP Microserver mit Proxbox, mit ZFS-Spiegelung, Platten können kaputt gehen, zurückrollen im Trojanerfall. Und das Ganze noch mit SSDs. Und so, dass da eigentlich nichts mehr schief gehen kann und dass das möglichst einfach geht, der Umzug. Und wie das also geht, dass ihr eure ganzen Windows einsammelt, loswerdet, aktualisiert, immer gesichert habt und zusammen damit arbeiten könnt. Ja, das zeigen wir euch hier im folgenden Beitrag. Seid gespannt. Ja, und wie kommen wir jetzt zum perfekten Windows-PC? Ein Windows-PC, auf dem alle arbeiten. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Windows 10 sein, aktuell oder ein Server 2016. Also unsere Anleitung, die wir hier gleich machen, spielt keine Rolle. Also auch wenn ihr einen Server 2008 habt oder ein Windows 7 habt, könntet ihr dann nach der Umstellung risikofrei updaten. Hättet ihr mehrere Versuche zur Verfügung. Also, wie kommen wir zum perfekten Windows-PC? Alles kann passieren. Platte kann kaputt gehen. User können was falsch machen. Und nur einmal die Arbeit, alles soll super bequem sein. Und da haben wir mit unserem Azubi Patrick einen Final, ja, eine Abschlussarbeit gemacht, die er dann bald der ERK vortragen darf. Und haben dann dafür das Ganze mal durchgearbeitet und verfilmt. Und das gucken wir uns einfach mal an, wie wir da vorgegangen sind. Und hier kann man jetzt auch schon den Patrick sehen, wie er also hier den HP-Micro-Server der vierten Generation quasi auspackt. Und da haben wir gleich mal von CompuRAM 2 einen 30 GB RAM reingepackt. In dem Fall handelt es sich also hier um die vier Kern-Version mit vier Mal Stopp 3 GHz. Der Amazon-Affiliate-Link kommt in den Beitrag rein. Damit können Sie einen Gefallen tun. Ja, da haben wir ewig rumgesucht. Das war auch so ein Ding. Spannende Frage, wo kommen in dem Ding die Festplattenrahmen rein? Woher bekommt man die Festplattenrahmen? Also wochenlang rumgesucht damals, als das Ding rauskam und stellt sich raus, du brauchst gar keine Rahmen. Das sind vier Schrauben, die werden da einfach an die Platte gesteckt. Beziehungsweise SSDs direkt in den SSD-Adapterrahmen 2,5 Zoll auf 3,5 Zoll quasi reingesteckt. Ja, und so geht es dann weiter hier. Der Patrick, also wir haben jetzt hier zwei Terabyte SSD-Platten Samsung Pro. Die würde ich dann schon nehmen, damit die ein bisschen halten. Ich meine, schließlich ist das ja ein Server und so teuer sind die auch nicht. Und mit den vier Schrauben, wie man hier an der Seite sehen kann, kann man die einfach hier reinstecken. Das geht auch mit normalen Festplatten. Und hier gleich mal die zweite nochmal für eine Spiegelung. Das ist wichtig an der Stelle. So, dann geht es weiter mit Deckel drauf und wir brauchen für Proxmox noch das Installationsmedium, die ISO-Datei. Die hätten wir hier. So, so schaut das dann aus vorne. Wir wählen USB-Stick aus und gehen auf Installiere Proxmox. Ein bisschen verwackelt, nicht schlimm. Dann geht das los und an der Stelle muss man, falls er nicht weiter geht, mal kurz den Stick abziehen, wieder draufstecken. Das ist so ein kleines Problem mit dem Installer aktuell, falls das bei euch nicht funktioniert oder eine CD nehmen. In der Installation wählen wir dann direkt die ZFS Mirror in dem Fall aus, weil wir zwei Platten haben. Und der Installer wählt dann auch nochmal diesen USB-Stick aus. Das ist natürlich falsch. Wir wollen das spiegeln und Advanced Options passen mit dem A-Shift und der Compression und der Größe. Das kann man alles so lassen. Kann man so alles wunderbar bestätigen und also hier einfach auf Weitergehen. Ja, dann noch Datum rein, Entschuldigung, Zone rein, Passwort und eine E-Mail-Adresse, wo später die E-Mails hingehen. Das ist ganz wichtig. Hier den Hostnamen bitte genau überlegen, den könnt ihr nicht mehr ändern im Nachhinein. Also bitte nicht im Nachhinein von einem Proxmox und Hostnamen ändern, dann funktioniert der nicht mehr, weil die Datenbank mit der Variable arbeitet, die sich auf das System da bezieht. Und im Endeffekt, wenn wir dann alles eingegeben haben, geht es dann schon gleich mit der Installation weiter. Und dann dauert das vielleicht auf SSDs mal so zwei, drei Minuten. Also länger sollte das nicht sein. Dann im Nachhinein könnt ihr also hier sehen und das ist auch so ein wichtiges Teil. Wir haben zwei SSDs und können dementsprechend auch, wenn mal eine kaputt geht, nicht nur die Daten auf beiden haben. Wir können auch von beiden diesen Proxmox Virtualisierer booten. Den haben wir schon in vielen vorigen Folgen erklärt. Aber so kompliziert ist es nicht. Die Tücke liegt im Detail woanders, der später. Hier geht es weiter. Also wir wählen jetzt eine der beiden SSDs aus, welches eigentlich wurscht. Und ja, dann drückt man Enter. Und dann kann man eigentlich schon darauf warten, wie das System für die erste Verwendung quasi hochfährt. Und ja, also das Längste, was da vorne dauert, ist eigentlich die Geschichte mit der Hardware-Erkennung. Und sobald die Hardware-Erkennung gelaufen ist, ist das Ding in zwei Sekunden oben. Zack, da ist er. Ja, also so leicht passiert das im Endeffekt. So schnell ist das installiert. Und damit haben wir schon den Virtualisierer Proxmox gespiegelt installiert und es ist tatsächlich so einfach. Die Tücke liegt im Detail, aber deswegen habt ihr ja Sysops TV, die euch genau erklären, wie es funktioniert. Hier ist das Sysops TV-Logo nochmal, damit ihr schreckt, wo ihr es zuerst einmal tappt. Wir könnten jetzt einfach hergehen, könnt uns ein Master Windows machen und da einfach mal alle Benutzer anlegen und importieren. Nur in der heutigen Zeit gibt es so viele fantastische Möglichkeiten mit verteilten Logins, also auch Sachen wie OwnCloud und Firewall und WLANs und was noch dazu gehört. Und deswegen haben wir uns entschieden, gleich mal mit euch nochmal diesen Univention Corporate Server als Domain-Controller zu installieren, der ja in der Community-Tischen frei ist. Und auch das ist relativ einfach. Und auch mal zu sehen, wie man eben mit diesen Proxmox eben umgeht. Ein schönes Beispiel, wir machen das jetzt gleich mal, also sprich das Ziel ist, wir packen unsere User von lokalen Usern auf Domain-Usern. Das heißt, ihr könnt sich an jeden PC von überall anloggen, auch mit anderen Diensten und ja auch sperren letztendlich. Und vielleicht sogar später noch einen kleinen Copano-Mail-Server obendrauf, der ja auch erstmal kostenfrei zur Verfügung ist. Vielleicht besser als ein Web.de. So, wir schauen mal hier. Hier geht es los, also frische Installation, einmal einloggen ins Proxmox und wir brauchen jetzt erstmal das fertig installierte Univention. Also wir brauchen nicht mal einen Installer, sondern wir laden uns gleich mal hier das Ganze runter. 32 GB, RAM hat die Kiste und ein bisschen was ist schon belegt, hat man gerade gesehen. Da komme ich gleich mal näher drauf, damit das nicht vollläuft, was man da letztendlich machen muss. Ja, hier wir haben zwei LS-Data-Stores. Das eine ist ein filebasierter Data-Store. Da packen wir VMDKs, QKaos, RAW-Files rein, ISO-Dateien und für den Betrieb ziehen wir dann den ZFS ZWOL-Data-Store vor. Das ist dann der andere von den beiden. Das sieht man jetzt hier gleich da oben. Local ZFS heißt der Blockbasierte und Local heißt der andere. So, hier habe ich uns mal das Programm ZFS Auto-Snapshot runtergeladen. Das soll im Endeffekt dafür sorgen, dass das System permanent gebackupt ist. Jede Viertelstunde, viermal, jede Stunde, 24mal, vier Wochen, zwölf Monate beziehungsweise, wie man sieht, drei. Ich habe jetzt mal gesagt, hier Make Install. Er kopiert also hier die ganzen Geschichten hier hin. Man sieht das hier nach Cron Monthly, Weekly und so weiter. Und hier nehme ich mir den Cron Monthly nochmal vor, editiere den und mache aus den zwölf Monaten hier einfach mal drei Monate, um später zu gucken, ob ich überhaupt genug Platz habe für so eine lange Versionierung. Ja, mit ZFS Get Written sieht man, es sind noch keine Snapshots da. Und wenn ich jetzt das Skript, das Aue-Lit zum Beispiel einmal ausführe, das geht super schnell. Und jetzt habe ich überall Snapshots drauf. Und was dann auch besonders ist, dass genau eben dieses Dataset, dieses PVE1, das ist sogar das Dataset von Proxmox. Also wenn ich mal was kaputt mache, habe ich die Chance, mit dem USB-Stick zu booten, das mit Zpool Import mir reinzuholen, mit ZFS Get Written zum Beispiel mir eine Liste zu machen und mit ZFS Rollback meinen Proxmox auch zurückzurollen, ohne dass mein Windows oder meine anderen Systeme da irgendwie betroffen sind. Das ist was Feines. So einfach geht's. Das war schon das Backup zu dem System gespiegelt, versioniert. Die Kiste ist Betrieb, jetzt Backup. So, hier sieht man das auch schön, dass eben Root genau auf dieses Dataset gemountet ist. Nochmal der Hinweis, wo da der Zusammenhang ist. Also man sieht jetzt schön, dass aber auch das Dataset ETC PVE, beziehungsweise der Ordner in ein Dataisystem, ein virtuelles Dataisystem gemountet ist. Das heißt, den solltet ihr vielleicht nochmal separat sichern, weil wenn man das Ding ohne Proxmox bootet, dieser Ordner schlicht und ergreifend leer ist. Aber das ist ja immer auf hohem Niveau. So weit wird es eine Regel vermutlich nie kommen. So stabil ist das Ding. Ja. Dann gehen wir mal gucken hier. Valib VZ. Ach, da oben ist noch ein Bild von mir, vom Screenflow. Na, guck mal hier. Jo, also wir gucken jetzt jetzt mal hier diesen Local Datastore an und legen jetzt mal eine VM an für den Univention Corporate Server Nummer 100. Linux-Betriebsthemen. Wir haben es schon fertig installiert, also keine CD. Hier gehen wir auf Virtue-Scassi. Und hier oben schlage ich dann Virtue-Block vor, das ist einfach performanter. Da geht es wirklich darum, welche Hardware simuliert wird. Kompatibel wäre IDE, dafür langsam. Ja, und Vertio, das sind spezielle Treiber, die bei Linux schon drin sind. Also in dem Fall jetzt hier für das Univention. Bei Windows muss man die nachinstallieren. Damit muss er keine Hardware mehr simulieren, sondern hat eine Schnittstelle zur Virtualisierung für die Platten, für Netzwerkkarte, die eben keine echte Hardware simulieren müssen. Das ist eigentlich ganz nett. Ja. Und hier geht es dann, ich mache ein bisschen größer, hier geht es dann ein bisschen weiter noch. Wir machen jetzt mal so eine Platte von einem Gigabyte erst mal, weil wir hier überhaupt mal eine auswählen müssen. Für die Kiste nehmen wir erst mal zwei Kerne von den vieren. Das darf sich auch überschneiden. Memory kriegt der jetzt mal hier zwei Gigabyte. Das sollte auch reichen. Und wir nehmen diese optimierte Virtual-Netzwerkkarte. Und damit haben wir jetzt erst mal überhaupt hier die VM 100 angelegt. Und jetzt geht es darum, wie kriegen wir jetzt die Festplatte da rein. Ja, entweder über einen Installer, über eine Installation ISO oder in dem Fall über eine Virtual Appliance, die direkt von Univention kommt. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt mal. Du musst in den richtigen Ordner reingehen. Das ist die aktuelle Platte, die wir gerade gesehen haben. Das ist ein Z-Volt-Dataset. Also ein Z-Volt. Das schmeißen wir jetzt raus. Das brauchen wir nicht. Das war ein Gigabyte. Wir mussten es anlegen. Hier ist es noch. Und in dem Moment, wo wir jetzt das nach dem Detach and Removen, ist das auch wirklich weg. Das ist so der Unterschied, wenn du ein Dataset hast, wo quasi virtuelle Platten drin sind und du löscht das, kannst du noch zurückrollen, wenn du Snapshots hast. Aber das Z-Volt ist ja schon das Dataset in dem Sinn. Wenn du das destroyst, ist es weg. Aber gut, das war ja das nur zum VM anlegen, mussten wir eins machen. Aber wir holen uns die Platte jetzt woanders her. So, hier geht es dann hoffentlich weiter. Genau. Wir machen es unter Ordner 100 und unter Ordner, also unterhalb von Images. Und gucken jetzt mal, hier ist der Link von Univention von der Download-Seite. Link kopieren, das Ganze mit WGET heruntergeladen. So, das dauert dann mal zwei, drei Minuten, je nach Internetleitung. So. Das, was wir jetzt haben, ist quasi sowas wie eine, kann man sagen, wie eine fertige Installationsdatei mit aber noch Customized Frontend, also wo dann noch ein paar Sachen abfragt. So. Wenn die Datei dann runtergeladen ist, haben wir ja schon eine bootfähige Festplatte, ne, sogenannte QKAU-Datei. Und die muss jetzt in das System rein. Und das ist das Dämliche bei Proxmox, es gibt immer noch keinen Knopf, wo du eine bestehende Festplatte in das System reinmachen kannst. Ich zeige euch, wie es geht, weil es basiert im Endeffekt auf KVM. Also hier ist die Datei, man sieht die hier schön. Und jetzt sagt man also hier QMZ, die 100 ist die virtuelle Maschinennummer. Virtue 0 ist diese virtuelle Hardware, die wir vorhin schon mal angelegt hatten, die ungelöscht haben, die aber noch als Boot-Device drinsteht. Dann den Pfad, der ein Datastore ist bereits. Und dann die Datei, Komma, Cache gleich right through. Das ist wichtig, sonst startet die VM und der ZFS nicht. Also irgendein Cache muss eingetragen sein. Warum auch immer ist es eine KVM-Eigenschaft. Sonst bootet das Ding. Also jetzt geht es gar nicht an. Dann sagt der OK Update. Und jetzt kannst du dann sehen, wie er quasi hier immer in der, genau, hier ist jetzt die neue Festplatte, ist die jetzt eingeklinkt worden. Und die alte hat mir vorhin schon rausgeschmissen. Jetzt sage ich Move Disk und move diese Datei direkt auf Local ZFS. Da geht es im Endeffekt darum, dass KUKAO hat Vorteile, ist aber relativ langsam. Und wir gehen jetzt quasi her und move jetzt dieses Teil in einen ZWOL. Und das sieht man dann, was er eben angelegt hat. Also er hat jetzt eben dieses VM100 Disk 0 oder 1, je nachdem, welche Proxmox-Version du hast, quasi umgezogen. Und das hat dann den riesen Vorteil, dass er nicht mehr aus der Datei lesen muss, sondern dass sogar das Dateisystem noch wegfällt und er schreibt wirklich, er hat eine Reservierung in den ZFS-Blöcken. Und genau da schreibt er jetzt die Daten von der virtuellen Maschine rein und nicht mehr in eine Datei. Das ist sowas wie NFS, hast du eine Datei auf der Gegenseite, Eiskasse hast du irgendwo ein Block Storage auf der Gegenseite. Man hätte jetzt durchaus die Datei da drauf lassen können auf diesen Local ZFS Datastore, was ein Dataset ist. Aber es ist halt auch unterhalb von Root und damit ist es mit auf dem gleichen Snapshot wie auch Proxmox selber. Und das ist völlig kontraproduktiv. Das heißt, rollst du Proxmox zurück, rollst du Maschine zurück, rollst du Maschine zurück, rollst du Boxmox zurück. Deswegen muven wir das nochmal in den performanteren Store. So, das ist jetzt mittlerweile hier mal durchgelaufen. Und jetzt geht es schon an die Optimierung, an die Installation von dem Domain-Controller. Los geht es. Also durchgelaufen ist es. Und ich führe jetzt also quasi nochmal hier diesen Snapshot durch. Also sprich, ich löse nochmal den Hourly, Cron Hourly aus. Genau. Und mache nochmal einen Autosnapshot. Die Fehlermeldung kam, weil den Ordner es nicht mehr gab von vorhin. So. Und den nächsten Snapshot, da können wir zurückrollen. Das heißt, wir können jetzt das Univention-System installieren und booten, ohne dass wir da, ja, wenn wir einen Fehler machen, können wir zurückgehen. Das müssen wir von vorn anfangen. Deswegen einmal sieht man jetzt, dass die Platte bootet. Jetzt von dem neuen Z-Wall und nicht mehr von der Kukau. Ja. Dann gehen wir mal her, während der rödelt und gucken mal, was da so passiert mit Z-Pool-Iostart. Ja, da ist ein bisschen Traffic auf den SSDs. Aber das ist so gering. Können Sie mit beiden Platten sehen, SDA und B. Jeweils dritte Partition. Das ist interessant, früher was zweite Partition. Muss mal gucken, was sich da geändert hat bei Proxmox. Was denn da die erste und die zweite Partition letztendlich drauf ist. Wir werden jetzt hier noch ein paar Netzwerktools installieren, die wir einfach später eventuell nochmal gebrauchen können. Vielleicht ist ja der Proxmox irgendwann mal in Schwierigkeiten. Also wir wollen es nicht hoffen. Ich habe da wirklich keine großen. Aber wir wollen das analysieren und sind vielleicht dann gerade offline, weil die Netzwerkkarte gerade mal nicht geht. Und deswegen installieren wir jetzt hier mal ein paar Tools. Hier Net-Tools, Midnight-Commande, Unzip. Für das Entpacken eben von dem, das hat man ja vorhin gesehen, für das Entpacken von dem ZFS-Auto-Snapshot-Screen. Das macht man am besten vorher logischerweise. Also Sysbench-IF-TOP für die Geschwindigkeit für Netzwerkkarte, LSHW zu mehr gesehen, was da für Hardware drin ist. SSHFS für Migration mit VMware und so weiter. Also das ist einiges, was wir später noch gebrauchen könnten, auch fürs Monitoring. Das hatten wir hier schon gemacht. Und jetzt haben wir die Thematik mit dem Cache. Das ZFS geht her und nimmt zuerst mal die Hälfte vom RAM, also 16 Gigabyte. Das ist zu viel. Das heißt, wir müssen in einer virtuellen, also ein NAS braucht viel Cache. Ein Hypervisor, der auch Storage macht, braucht auch noch ein bisschen was für die virtuellen Maschinen. Und darum geht es hier letztendlich gerade. Man sieht es also hier, 16 Gigabyte nimmt er sich erst mal ganz rechts und mit diesen Textbefehlen, den ich hier reinkopiert habe, schreibt man diese Zahl eben direkt in diese ZFS-Conf-Datei und mit Update in den RAM-FS erzeugt er dann letztendlich das Boot-Image, was außerhalb vom ZFS ist. Also er bootet erst das, dann kommt ZFS und zur Laufzeit kriegen wir das so hin mit diesem Befehl hier oben. Dann müssen wir den nochmal durchbooten, dann reduzieren wir das gleich mal auf 2 Gigabyte. Und hier wäre die Empfehlung Pima-Daumen pro Terabyte 1 Gigabyte RAM. Das ist eine Empfehlung. Wenn ihr mit Cache-SSDs arbeitet, wenn ihr Festplatten habt, noch ein bisschen mehr vorsichtig an der Stelle. Ja, inzwischen hat sich auch das Univension soweit mal in den Installer begeben. Ja, inzwischen hat sich das Univension auch mal in den Installer begeben und dann gucken wir doch gleich mal, wie das da weitergeht. Es ist relativ simpel. Ich meine, wir wollen einen Domain-Controller machen. Er will ein bisschen Sprache, er will eine Stadt haben wegen der Zeitzone und natürlich hätte er auch gerne noch eine Netzwerkkarte. Die schlägt jetzt erst mal aus dem DHCP-Bereich vor. Wir geben euch eine außerhalb vom DHCP-Bereich später. Gucken mal, was hier so los ist letztendlich. Die Installation braucht hier aktuell 4 Gigabyte oder knapp 5. Das ist super. Uns bleibt noch ein bisschen was für VMs. Und ja, wir machen eine neue Domäne. Die sollte in jedem Fall, egal ob ihr jetzt hergeht und... Also wenn ihr einfach nur eine Domäne macht, dann könnt ihr hier eine auswählen. Name beliebig. Wenn ihr einen Takeover machen wollt, was ja auch geht, also eine bestehende Active Directory Domäne übernehmen wollt, dann muss der Name so sein wie die alte an der Stelle. Das ist wichtig. Ja. So, gehen wir weiter gucken. Jetzt gleich mal für den Kunden hier vorbereitet. E-Mail-Adresse rein. Passwort rein. Und das hätte man schon rausschneiden können. Egal. So, weiter. Also hier wird spannend. Das hier ist zu viel. Das ist der Name. So, das bedeutet vorne, nochmal zurück, das ging zu schnell. Das bedeutet aktuell UCS ist der Hostname. BO.local ist der Domainname und die ELDA-Basis ist BO.local. Ja. Also hier bitte nicht von dem alten Domain-Controller irgendwie mal den Namen reinschreiben. Das macht hier keinen Sinn. Dann könnt ihr auch entweder den Takeover machen oder den Domain-Controller installieren. Wir machen heute frisch. Takeover zeigen wir ein anderes Mal. Wolltet ihr die Updates gleich mitmachen? Nö, wollen wir nicht. Wir wollen jetzt möglichst schnell euch das Video zeigen. Aber auch da, aus der Erfahrung raus, fünf Jahre Update schafft das System locker. Also keine Sorge. Das ist super. Haben wir auch schon getestet. Ja. Und dann installiert er erstmal eine Weile und sollte dann hinterher dann bald einsatzfähig sein als Domain-Controller. So, in der Zwischenzeit müssen wir ja unseren alten Windows-Computer, der noch auf Windows 7 ist, in unserem Fall heute Windows 10 oder Server 2016, der muss ja jetzt noch irgendwie rüberkommen und irgendwo hinkommen auf das neue System. Und hier wäre die Wahl für uns eine Kombination aus VMware-Converter zum Konvertieren der Maschine. Das ist eine Lösung von vielen. Und zusätzlich nehmen wir eine ganz normale Samba-Freigabe. Unser Proxmox ist ja ein ganz normales Debian und der kann auch Samba. Und so funktioniert das. Schaut mal. Hier mal kurz die Befehle. Create Migration. Ab in Salsamba. Smb-Passwort. Minus A-Administrator. ZFSZ. Sch-Smb-On. Für Apple Migration macht im Endeffekt dann die Freigabe. Und das gucken wir uns gleich mal an, wie das dann ausschaut. Wie das funktioniert. Jetzt muss ja das ursprüngliche Windows, das Ding, womit wir arbeiten, also wir müssen ja mit Windows arbeiten, haben ja keine Wahl. Die Programme gibt es ja nur dafür. Oftmals muss jetzt irgendwie auf den Proxmox rüber. Ja, Proxmox ist Debian. Da wäre der Transportweg Samba ganz gut. Und VMware-Converter wäre eins der angenehmsten kostenlosen Tools, um das Ganze umzuziehen. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal an, wie das funktioniert. Also man hat hier die Befehle, ZFS-List zu gucken, was da ist. Dann createn wir einen Store. Da soll es rein. Dann packen wir das Ganze, das Samba installieren wir. Dann legen wir einen User an. Und geben den User dann, äh, geben den Datastore dann frei. Und nachdem ja per Default, das gucken wir uns gleich mal an mit den Rechten. So, dann gehen wir hier in den VMware-Converter. Das ist jetzt unsere, äh, eine Maschine. Wir hatten dann zwei Maschinen am Ende konvertiert, weil die ein bisschen rumgezickt hat. Wir zeigen mal, wie es geht. Hier wäre die Freigabe. Dann gucken wir mal, ob die Grundrechte passen. Wir hatten ja da vorhin einen User angelegt. Und jetzt machen wir noch passend die Rechte, damit auf jeden Fall alles gut geht. Aber das Dataset wird auf jeden Fall dann später wieder gelöscht. Deswegen sind die Rechte hier relativ, äh, wurscht, wie die aussehen. Also so auf Nummer sicher zu gehen. Und oftmals läuft ja im VMware-Converter, läuft es in diesem UAC. Dann müssen wir das Laufwerk in, äh, VMware-Converter als Admin gestartet verbinden. Ähm, hier habe ich jetzt Root probiert. Das ging nicht. Das war ein Fehler. Und deswegen habe ich schon einfach nochmal den ganzen User als Root angelegt, dass man es nochmal hier sieht. Wir hatten da mal was zurückgerollt in der Videoaufzeichnung. Deswegen habe ich es hier zweimal gemacht. So, dass man das nochmal sieht. Und dann kann der da rein. Und natürlich muss er auch schreiben können. Testen wir mit Ordner oder Datei anlegen. In dem Fall hier mal eine ganz normale Textdatei. Funktioniert. Und die sollte dann da drin gelandet sein. Und dann geht es im Prinzip auch schon gleich ans Konvertieren von der virtuellen Maschine. Wie gesagt, wir hatten da zwei Maschinen. Eine Windows 2016. Da ist ein Fehler im Dateisystem. Das haben wir dann abgebrochen. Und noch das Notebook von Markus gleich. Wir haben jetzt dann das Notebook von Markus genommen zum Konvertieren. Und sind da einfach jetzt mit TeamViewer der Remote Desktop draufgegangen, um das Ganze durchzuführen. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie das ausschaut. Oben sehen wir dann ja auch gleich das Dataset. Und hier unten die Konvertierung. Wir sagen, das ist Local Machine. Hier wird konvertiert. Vor das Laufwerk gemountet. Namen ändern. Alles weiter und weiter. Und das war es schon. Wie gesagt, im Endeffekt, da legt der jetzt einen Ordner an mit der Maschine. Da können wir reingucken. Textdatei wird gelöscht in den Ordner rein. Das dauert dann eine Weile, zwei, drei Minuten, bevor es richtig losgeht. Und das wird eine VMDK-Datei. Ihr könnt da noch Anpassungen machen. Aber das Programm könnte auch mal zickig reagieren. Geht aber in der Regel, klappt das. Und die Zeitangaben bin ich überbewerten. So nach ein, zwei Minuten dann wirklich anfangen und auch konvertieren. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich jetzt gesehen habe, was nicht im Video drauf war. Ihr könnt auch diesen VMware Converter, das SSL ausschalten. Das Kommando schreibe ich nochmal unten rein. Dann ist die Konvertierung noch einen Ticken schneller. Und man kann auch nachkonvertieren. Also beispielsweise könnte man das abends anschmeißen, kurz vor Feierabend. Und dann, was die Leute vielleicht noch gearbeitet haben an einem Tag, würde hinterher nachkonvertiert werden. Also das sind so die netten Sachen von dem VMware Converter. Und ja, wie geht es dann weiter hier bei uns? Wir arbeiten jetzt hier parallel, gemeinerweise. Also hier ist dann die Konvertierung so mittlerweile am Gange. Und er sagt also hier drei Stunden. Das hat dann auch nicht stimmt. 45 Megabyte pro Sekunde. Und hier sieht man, dass jetzt, dass er quasi mit 500 Megabit schon zu Gange ist mit dem Befehl iftop. Könnt ihr euch das bei Proxmox anzeigen lassen. Unser Domain Controller ist mittlerweile auch installiert. Und dann schauen wir uns dann mal an und booten den. Ja, und so sieht das dann aus. Hier ist die IP-Adresse von dem Teil. Das ist unser neue Domain Controller. Und dann gehen wir mit dem Browser drauf. Und gucken mal, was der so kann. Ja, da ist relativ wenig noch drauf. Wir loggen uns ein mit dem vorangelegten Domain Administrator Passwort. Ja, das ist wirklich ein Windows Domain Controller. Und machen jetzt gleich nochmal ein bisschen Benefit. Jawohl, hat alles funktioniert. Jetzt brauchen wir noch diese, für den App Store später, noch diese Lizenzdatei. Da gibt man eine E-Mail-Adresse an und holt sich dann quasi aus dem ganzen Ding hier die Datei raus. Laden die hier hoch und sind dann schon willkommen hier im System. Also das kostet nichts an der Stelle. Hier ist der Active Directory-kompatible Domain Controller. Den können wir wieder deinstallieren. Das macht relativ wenig Sinn, weil dann funktioniert wahrscheinlich nichts mehr. Und können damit jetzt schon arbeiten. So, das geht dann gleich hier im nächsten Clip weiter. So, da ist er. Hier können wir dann in die Benutzerliste reingehen und sehen natürlich schon den Administrator und den Gast und den Kerberos-User. Wir legen jetzt hier unsere User an. Den Christian. Das können wir ein bisschen beschleunigen. Mit Passworten, allem drum und dran. Passwort, Passwort und so weiter. Markus, ich beschleunige das mal ein bisschen, dass wir schon mal ein paar User drin haben. Das wären die User, die wir vorher schon eingesammelt haben. Und so sieht dann in Univention quasi das aus. Ich ändere jetzt mal hier alle User, die wir haben, zum Domain-Admin. Das macht ihr natürlich nicht. Das mache ich jetzt nur hier für das Video, dass wir es nachher einfacher haben zu arbeiten. Ja, hier haben wir die User drin. Also Mehrfachbearbeitung geht. Es sind alle Felder drin, wie auch ihr das im Domain-Controller gewohnt seid. Markus' Laptop konvertiert noch. Wir laden eine Windows-ISO-Datei hoch. Das haben wir auch noch gemacht nebenbei. Da ist er. Und installieren wir uns jetzt gleich noch eine neue virtuelle Maschine. Die nennen wir Win. Damit ihr mal seht, was man da mit dem Domain-Controller anstellen kann. Wir haben jetzt also hier die ISO-Datei hochgeladen in den Local-File-Store. Sagen Windows. Ja, sagen hier wieder Virtual. Und hier wird es gefährlich, weil das kann er nicht machen. Also Windows 10 Boot-CD kann definitiv kein Virtual. Da kommen wir gleich drauf. Dann haben wir hier die vier Kerner. Und er kriegt ein bisschen RAM von uns jetzt erstmal so als Spielmaschine. Weil der hinten dran konvertiert immer noch. Und es hat zu lange gedauert. Deswegen separates Windows. Ja, hier auch nochmal Netzwerk-Virtue kennt er auch nicht. Und da seht ihr gleich mal, wie damit gearbeitet wird. Weil jetzt suchen wir uns von Fedora-Project noch die Treiber für Windows. Also die fantastischen Virtual-Treiber, die es da direkt von Virtual gibt. Das gibt es hier auf der Fedora-Seite. Das ist hier der zweite Link. Und dann muss man halt im Endeffekt hergehen und sagen, okay, immer die Stable-Treiber nehmen. Nicht irgendwie die Wackeldinger. Und dass man sagt, ja, schlub, soll das neu sein? Nein, wir nehmen hier die Stable-Treiber, Stable-Virtue-ISO. Kopieren uns wieder den Link. Link kopieren. Und ziehen uns das Ding hier in VAR-Lib-VZ-Template-ISO. Und wenn ihr es da reinladet, haben wir direkt die Möglichkeit zu sagen, diese CD nehmen wir noch mit unserer Windows 10 rein. Und zwar mit dem zweiten CD-Laufwerk. Dafür geht ihr auf Hardware. Zweitens CD-Laufwerk. Wählt euch den Datastore. Wählt euch die hochgeladene ISO-Datei. Die hättet ihr auch vorher auf den Desktop ziehen können. Ja, gar keine Frage. Hochladen. So geht schneller. Schaltet. Ah ja, genau. Macht den Guest-Agent noch an. Damit man besser runterfahren kann später. Und jetzt geht ihr auf Start. Und nehmt diese Windows-Installation hier wie gewohnt vorher. Mit ein paar wenigen Unterschieden. Und das sieht man jetzt gleich. Wir haben jetzt in dem Fall keine Seriennummer. Wir nehmen hier die Windows 10 Pro-Variante. So. Und installieren. Das Benutzer definiert. Es ist keine Platte da. So. Jetzt können wir die Treiber laden. Und zwar genau von dem zweiten CD-Laufwerk. Jetzt haben wir nämlich die ISO von dem CD-Laufwerk und von den Treibern. Und wir wählen. Vio Store. Für die Festplatten. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab hier in dem Video. So. Pass mal auf. Das ist Vio Store. Irgendwie kann ich hier nichts steuern. Okay. Dann lassen wir das. Ah, da ist es. Genau. Vio Store. Und das Ganze machen wir dann nochmal mit NetKVM. Für die Netzwerkkarte. Mit dem Balloon-Treiber für die Speicherverwaltung. Vio Serial. Das ist das für den Guest-Agent zum Runderfahren. Und mit dem Balloon-Treiber auch für die Speicherverwaltung. Das kann man alles jetzt hier schon machen. Was dann den netten Nebeneffekt hat. Dass wenn wir Windows dann installieren. Dass das Teil im Endeffekt auch dann schon mit allen wichtigen Treibern hochfährt. Auch Netzwerkkarte. Das ist halt super nett. Also da läuft dann einfach mal die Installation. Und die geht relativ schnell. So. Wenn das Windows dann letztendlich installiert ist. Geht es eigentlich auch schon an die erste Boot-Geschichte. Und das gucken wir uns jetzt gerade mal an. Wie das dann ausschaut. Hier ist Windows jetzt das erste Mal hochgefahren. Und wir machen jetzt gleich mal ein Snapshot. Weil wer weiß. Vielleicht installieren wir noch was. Vielleicht läuft noch irgendwo was schief. Dann haben wir wieder schon einen Haufen Snapshots. Mittlerweile haben wir auch jede Menge Snapshots zwischendrin. Diese Frequenz. Diese viertelstündlichen. Also auch da. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte. Hätte ich das hier korrigieren können. Hier ist unser neues Windows. Jetzt schauen wir mal ob das geklappt hat. Und zwar mit dem Gerätemanager. Und dann sieht man auch schon. Das an der Stelle. Bis auf diesen HID-Treiber da. Wo ich immer noch nicht verstanden habe. Wo das Problem ist. Habe ich aber auch im Forum mal gelesen. Also es hat keine Konsequenz. Aber Netzwerkkartentreiber ist drin. Festplattentreiber ist drin. Balloon-Treiber ist drin. Serial-Treiber ist drin. Somit kann man arbeiten. Und immer noch nach wie vor ist unsere ISO-Datei drin. Mit der wir letztendlich dann arbeiten können. Wenn wir nicht wissen was das ist. Wählen wir einfach die CD aus. Und wir lassen das dem System sich für den besten Treiber dafür zu entscheiden. So. Aber man sieht. Das Windows hat auf jeden Fall installiert. Dann können wir noch den QEMO-Guest-Agent installieren. Der zeigt uns dann später vielleicht die IP-Adresse an in Proxmox. Und sorgt dafür, dass ein gesperrtes System auch mit Proxmox zusammen runtergefahren werden kann. Das ist die schöne Variante. Ja. Hier hat er jetzt seine 4 GB. Keine Netzwerkkarte. Das macht er im Endeffekt später mit einer anderen Version. Die war aber unstable. Da verlinke ich auch nochmal genau welche das war. Jetzt geht es weiter. Jetzt wollen wir ja mit dem Domain-Controller arbeiten. Jetzt suchen wir. Erstmal über Google. Nicht über Ping. Gegoogelt wird bei Google. Nach den Windows-RSAT-Tools. Das sind die Remote-Server-Administration-Tools. Und da hat sich erst überlegt, welche Version. Aber da geht es wohl darum, für welche Server-Version die gedacht ist. Und da tut es auch eine alte Version. Weil wir haben hier tatsächlich erstmal eine 2008 R2-kompatible Umgebung. Wenn wir Takeover machen von der neueren Version, das geht auch. Also wir haben jetzt hier nur die 2008 R2-Features und die reichen Dicke. So. Runterladen. Und dann gleich das ganze Ding installieren. Und das dauert blöderweise. Hier gucken wir nochmal, was jetzt hier wichtig ist, damit wir mit dem Domain-Controller arbeiten können. Wir müssen die Domäne, dazu muss per DHCP oder per manuelle IP-Adresse, der Domain-Controller als DNS eingetragen werden. Also händisch oder per DHCP ist egal. Sonst funktioniert es nicht. Und jetzt wird es spannend an der Stelle. Denn jetzt können wir schon hergehen, können diesen Computer in die Domäne aufnehmen. Rechte Maustaste-Eigenschaften auf Arbeitsplatz. Einstellungen ändern. Computernamen vielleicht vorher noch anpassen, wenn man das möchte. Das möchte ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt zu faul hier in dieser Aufzeichnung. Domänename bo.local. Liebe Grüße. Administrator vom Univention-Server eingeben. Passwort vom Univention-Server eingeben. Und wir sind in der Domäne. Ja, und das heißt, wir haben also auch hier schon den Computer in der Liste vom Univention-Server. Genauso wie geplant. Super, oder? Also das, wenn man überlegt, wie lange das bei Windows dauert, das ist schon eine ganz andere Baustelle. So, deswegen müssen wir jetzt noch dieses Programm schnell installieren. Diese RSAT-Tools und die Kiste neu booten. RSAT-Installation dauert aus unerfindlichen Gründen immer relativ lange. Ist aber nicht schlimm, also 10 Minuten, Viertelstunde. In der Zwischenzeit hat sich auch unser Windows-Computer, also unser virtueller, das ist der wichtigste Computer im Laden, der konvertiert werden muss, nicht 19 Uhr werden muss, der hat sich jetzt auch mittlerweile mit VMware Converter zu uns gesellt und wir legen jetzt auch die neue Maschine an und sagen hier, alles klar, neue Maschine. Das ist jetzt das Notebook, Markus, ja. Und ja, das ist jetzt auch wieder in Windows. In dem Fall war es schon Windows 10, könnte auch Windows 7 sein. Dann könnten wir das später auch updaten, risikofrei. Wir legen wieder die obligatorische falsche Platte an. Wir müssen jetzt hier IDE-Modus nehmen, weil sonst würde er uns nicht booten, also kein Virtual Hour an der Stelle. Ja, Cache müssen wir später anmachen, aber die Platte ist eh nur Pseudo, deswegen ist es eh wurscht, der kriegt dann später vier Kerne und der soll auch ein bisschen RAM kriegen, nämlich 16 GB. Also gerade den Cache-Writeback habe ich jetzt nur weggelassen. Intel E1000 auch kompatibel zu Windows 10, weil wir später, ich bin da ständig rausgeflogen in der Sendung, wegen der Wireless Bridge, also das ist nicht normal. Dann ist das System bestätigt. Und die virtuelle Maschine landet also hier nach kurzer Zeit in der Liste. Und jetzt müssen wir wieder diese zu viel konfigurierte Platte wieder rausnehmen und auch gleich killen, weil die brauchen wir nicht. So, da geht es nur darum. So, jetzt haben wir hier diese konvertierte Platte. Das hatte nicht funktioniert, steht da. Aber wenn man genau schaut, da hatte er nur bei der Neukonfiguration der VM ein Problem. Also er hat es trotzdem geprüft. Das war da die VMDK, also die virtuelle Festplatte. Festplatte, da ist er mit 108 GB hat er sie konvertiert an der Stelle. Und jetzt muss die an die richtige Stelle. So, dann machen wir ein neues Datastore, weil der Proxmox noch nichts weiß von dem Dataset, was ich da angelegt hatte. Und habe das jetzt hier, das hat man jetzt hier kurz verpasst, Typ Directory und dann eben den Pfad hier eingeben, wo das Dataset liegt. Ich mache das nochmal groß. Na, so. Und dann muss das nur noch im richtigen Ordner liegen, dass es ihm taugt, dass er da Lust drauf hat. Das machen wir gleich. Hier ist nämlich noch nichts an Platten drin, obwohl es da ist. Liegt da dran, dass er es gerne im Unterordner 101 zum Beispiel gerne hätte, beziehungsweise Images 101. So, nochmal falsch gemacht und nochmal falsch gelöscht. So. Da ist kein Ordner Images da. Das macht er erst, wenn eine VM da ist, also müssen wir es mit der Hand anlegen. So, die Datei ist hier. Da ist sie falsch. Jetzt machen wir den Ordner Images und die 101 von dem Pfad an, den wir angegeben haben im Datastore und verschieben das in den Unterordner Images 101. Da hätte er es gerne. So, da ist sie jetzt. Und das ist genau das, was er gerne hätte. Wir laden neu und jetzt findet er auch die Datei an der Stelle und damit können wir booten schon. Ja, das ist super. So, wieder wie vorhin. Das Ding muss rein. Pfad kopieren. QMZ. VM Nummer 101. Diesmal IDE 0, damit es kompatibel ist. den Pfad und die Datei und den Cache nicht vergessen. Und das war es tatsächlich erstmal gewesen, um die Kiste zu konvertieren und dieses Windows könnte, wenn es so einfach wäre, gleich booten, was es vermutlich jetzt gleich nicht tun wird. Die Platte ist drin. Wir starten das Ganze. Wir müssen leider feststellen, dass das blöde Teil nicht bootet. Woran liegt das eventuell, wenn es das nicht tut? Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass viele Windows-Systeme mittlerweile nicht mehr mit BIOS installiert werden, sondern mit EFI. Das heißt, wir gehen hier in einen BIOS-Typ und sagen EFI und fügen eventuell später noch eine EFI-Disk, wie gewünscht, hinzu. Gucken wir erstmal, ob das Ding bootet. Dann kann er noch EFI-Sachen machen. Epische, epische, EPI-Sachen machen. Ja, so. Jetzt fährt das Windows nämlich tatsächlich erstmal hoch, aber ist wie abgestürzt. Okay. Da würde ich jetzt erstmal nicht zu viel rein interpretieren. Deswegen gebe ich dem Ganzen nochmal eine zweite Chance. Und wir versuchen einfach, das ganze System nochmal neu zu booten, weil es ja wie in einem abgestürzten Zustand war. Wie in einem abgestürzten Zustand. Hier sieht man, sieht schon besser aus. Er fährt nach Reparaturmaßnahmen wieder hoch. Und wir gucken, dass er direkt hochfährt. Hier gibt es noch Updates. Toll. Das erspringen wir jetzt. Irgendwann ist er hier eingeloggt. Beziehungsweise ist mittlerweile da. Jetzt können wir nochmal hier diese EFI-Disk hinzufügen. Das ist für den guten digitalen Fußabdruck. Wir schauen uns jetzt nochmal all, wo das Ding gelandet ist. Die ist tatsächlich noch in einem Root-Dataset. Das Ding soll später werden. Und hier ist das Windows. Wir könnten jetzt quasi die Fistblätter und auch wie vorhin schon gezeigt, einfach mit Move-Disk in das finale ZFS Local ZFS Dataset hinein. Das machen wir später. Das würde jetzt lange dauern. Wir überspringen das noch ein bisschen. Einfach mal sehen, wie das funktioniert. 101 ist das Ergebnis dann. Und die andere 0 hatten wir vorhin angelegt, die Löschmettern. Und hier sieht man, wie sie wächst. Das Konvertieren müssen wir uns jetzt nicht angucken. Das dauert eine Weile. Das machen wir dann später. Wir nehmen unser Windows, loggen uns da mal ein. Jetzt wird es interessant. Mit dem Markus gleich mal ein. In der Zwischenzeit ist auch unser Windows-10-PC zum Testen und zum Verwalten, den wir jetzt mal eingerichtet haben, auch schon soweit. Und ich möchte euch jetzt mal in der Zwischenzeit zeigen, was wir dann auch mit dem Windows-PC von Markus vorhaben, der ja der finale PC sein soll. Also hier ist unser neues Windows. Wir machen noch mal ein Snapshot, damit auch alles gut geht. Loggen uns jetzt mal hier an diesen neuen Computer, frisch installierten Computer ein, den wir auch vorhin noch in die Domäne aufgenommen haben. Da gab es den Admin, der ist lokal. Jetzt sagen wir andere Benutzer und sagen Administrator. Den gäbe es aber auch lokal noch mal als deaktivierten User. Deswegen müssen wir hier sagen, addbo.local. Wählen einen richtigen neuen Domäne-Administrator aus, loggen uns ein und sind wunderbar gleich eingeloggt im System. So, Markus-Laptop. Loggen wir auch ein. Und da haben wir jetzt allerdings noch nur den lokalen Markus und noch einen Administrator. So. Und das ist der Markus, der später Markus-Domäne werden soll. Aber aktuell ist es ja noch der lokale Markus. So. Völlig andere Identität. Selber Name, andere Identität. So. Hier sieht man, dass die Kiste mit 13er Load zum aktuellen Zeitpunkt trotz SSDs gut ausgelastet ist. Und das also hier auf den Festblatt nach wirklich was geschrieben wird. Also das ist nicht der normale Use-Case. Da kriegen wir kein Problem später. Ich würde mal sagen, das skaliert so bis zu 5 User ohne Probleme. In der Größenordnung vielleicht sogar 10. Also die Kiste hat was zu tun. RAM-mäßig sind wir ein bisschen knapp. Das heißt, aber die Windows-10-Verwaltungskiste fällt nachher eh weg. Deswegen ist es halb so wild. So. Hier geht es dann im Endeffekt gleich weiter. Und zwar haben wir jetzt hier mal diese Konsole auf Markus-Laptop. Also der finale Computer, der sein soll offen. Und hier auf dem Windows 10 die Active Directory benutzt eine Computer-Konsole, wo der Markus-Computer jetzt schon Domain-Mitglied ist. Den haben wir in der Zwischenzeit in die Domäne aufgenommen. Das fehlte hier wohl in der Aufzeichnung. Warum auch immer. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir hatten das vorhin ja schon gemacht. Jetzt sind im Endeffekt beide Computer hier in der Kiste drin. Und hier habe ich jetzt so ganz normal Active Directory, wie ich das gewohnt bin. Und das ist der Domain-Markus. Und da schreiben wir jetzt mal zum Beispiel rein, neue User mit altem Profil. Also das ist das Ziel, der es geben soll. Und jetzt können wir hier im Univention sehen, in der Benutzerverwaltung, dass auch die Änderungen direkt übernommen werden sollten. Und da ist der Text, den wir gerade gemacht haben. Also das geht bidirektional. Wir können also hier arbeiten. oder wir arbeiten eben in der Active Directory Benutzer-Computer-Konsole. So. Jetzt haben wir hier den Lokal-Administrator. Den werden wir jetzt ein Kennwort geben und auch aktivieren, weil wir jetzt Markus' Benutzer-Konto konvertieren werden. Nämlich vom lokalen Markus, den seht ihr jetzt gleich hier im Bild, in den Domain-Markus, den wir gerade vorhin gesehen haben. Und dazu müssen wir uns die Kiste mal neu starten. und zusehen, dass wir uns mit einem User einloggen, der nicht der Markus ist. So. Hier geht es so ein bisschen ab. So. Mal gucken, was wir hier haben. Ja. Das habe ich. Das war zu viel. In der Zwischenzeit haben wir noch den Cuemo Guest Agent auf den Univention installiert. Das ist nur so für die Hygiene und die bessere Integration, weil er noch am Booten war. haben wir die Zeit genutzt. So. Und jetzt sieht man nämlich auch hier, wenn der Cuoagent an ist, die IP-Adresse von dem System in der Konsole. So. Da ist er. Die 5059. Und ich kann auch runterfahren, wenn die Kiste gesperrt ist. So. Weiter geht's. Windows ist mittlerweile wieder da. Das ist die Kiste von Markus. Und wir machen jetzt, weil wir ja wieder was tun, wieder ein Auto-Snapshot, weil jetzt machen wir destruktive Maßnahmen und loggen uns jetzt mal das Administrator ein. Nicht mehr als der Markus letztendlich. So. Und jetzt gehen wir her. Und kommen schon auf den Punkt. So. Der gleich mal schwarz daherkommt. Ah ja. Da sieht man genau die Problematik. Hier ist Markus, lokaler Benutzer, auf seinem Laptop. Und der hat Rechte. Und die Rechte sind auf Markus, NB, MP und so weiter. Also die lokale Benutzerkiste. Das ist genau der Punkt. Und da wollen wir weg davon. Das ist unser Problem. Wenn wir jetzt quasi den Ort dann nehmen würden für den neuen Markus, dann würde das nicht kompatibel sein. Und jetzt suchen wir nach dem Profile Wizard von Forensit oder wie die heißen. So. Das ist er. So sieht die Seite aus. Und laden uns eben dieses Tool runter. Ja. Und dann müssen wir das installieren und vorher bitte runterladen. Dann installieren das nämlich in Anzipper. Also sonst nicht den Download direkt öffnen. Wählen dann dort. Also nochmal, vielleicht nochmal den Punkt nochmal bringen. Das Tool migriert das lokale Benutzerprofil, die Registry und die Dateirechte. Ihr müsst es runterladen. Nicht direkt öffnen aus dem Browser. Erst runterladen, dann öffnen. Weil sonst geht es in den Temp-Ordner. Der Installer macht nichts anderes als zu entpacken. Okay. Also für so ein cooles Tool, so ein dämlichen Installer ist okay. Und dann seid ihr hier in diesem Tool hier drin. So. Das ist quasi hier. So schaut das aus. Das ist kein großes Ding. Ihr wählt jetzt den alten User aus oder geht auf Shout-Undesigned-Profiles, um einen toten User zu nutzen. So. Also hier den Markus nehmen an der Stelle. Geht auf Weiter. Hier könntet ihr im gleichen Schritt an der nächsten Stelle auch das System gleiche Domäne aufnehmen. Das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. und den Domänen-Usernamen hier eintragen. Der heißt wie der Markus. Selber Name, andere Identität. Ja. Und dann konvertiert er erst mal einen Moment. Selber Name, andere Identität. Ist ein Unterschied. Gibt es ja die Securities dafür. So. Und während er jetzt hier quasi im Gucken ist, sieht man noch, dass vorher die Sicherheit noch auf dem alten Namen ist. Dann kürzen wir das mal ein bisschen ab hier. Dann ist er irgendwann mal fertig. Und wenn er fertig ist, kann man hier noch mal gucken. Schauen wir uns noch mal die Rechte an. Und da seht ihr, dass jetzt die Sicherheit Markus BO ist. Und das ist das Entscheidende, dass der Kram später funktioniert. Ja. Dann wird das Ding am besten neu. Ah ja genau. Hier sieht man noch die Anti-User-Dot. Das ist die Teil, in der er rumgeschmiert hat. Wo er auch noch sein neue ID hinterlegt hat. Und das ist nämlich genau Anti-User-Dot, dieses H-Key-Current-User-Registry-Part. Ja. Dann wird man in Kürze abgemeldet. Und dann sollte der Computer mit den neuen Einstellungen quasi hochfahren. Und dann kann sich der Benutzer dort einloggen. Ja, wenn es dann soweit ist und wir den User dann den Computer neu gebootet haben und den User eingeloggt haben, der ja vorher der alte User war, dann haben wir jetzt quasi hier den neuen User an der Stelle. Und hier sieht man auch schon schön, dass dieser Nachnamen, das ist ein Kollege von mir, quasi schon sich aus der Active Directory gezogen wurde. Also das Pesig war bei dem lokalen User Markus nicht dabei gewesen. Jetzt nehmen wir sein Passwort. Und zwar das aus der Domäne und vielleicht auch noch das Richtige. und dann lockt er sich mit dem Benutzer ein. Und es ist jetzt quasi das neue Benutzerprofil, aber, also das alte Benutzerprofil, aber der neue Benutzer Markus aus der Domäne. So, das dauert dann bei der ersten Mal ein paar Sekunden länger, weil er dann noch irgendwelchen App Store Blödsinn macht. Und hier sieht man jetzt schon seinen User und Desktop, wie er gewohnt war und auf den Eigenschaften Sicherheit zu sehen, dass es der neue Markus ist, dem diese Dinge gehören. Also auch seine Einstellungen, weil ohne die korrekten Einstellungen, wenn er es übernommen hätte, Registry, wäre sein Hintergrund zum Beispiel nicht ausgewählt gewesen oder so persönliche Präferenzen, die man so hat. Mail-Konfiguration etc. Ja. Und dann gehen wir im Endeffekt her und nehmen das zur Kenntnis, kürzt das ein bisschen ab, schauen uns noch mal hier die lokalen Benutzer an. Hier sieht man den alten User Markus, der nach wie vor noch da ist. Das mit der USV unten hier, was er da bemängelt, das ist, weil es ein Laptop war. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir wechseln mal zum Gegenbeweis auf den alten Benutzer, ob das wirklich so ist und locken uns jetzt noch mal als Markus ein. Und da sieht man noch mal die beiden Identitäten. Während Markus sich an Bo anlocken würde, also an die Domäne, würde sich hier Markus mit einem Punkt Slash vorne dran, Punkt Backslash, an das Laptop einlocken. Das probieren wir dann gleich mal im Umzug. und der bekommt, weil sein Profil im Jahr weggenommen wurde, logischerweise jetzt wieder ein anderes Profil, nämlich ein leeres. Und das sieht man hier gleich schön, dass er hier komplett unkonfiguriertes Profil hat. Also das alte Konto hat kein Profil mehr und muss sich jetzt quasi mit einem komplett neuen Desktop da zufrieden geben. So schaut er aus. Ja. Also wenn wir jetzt hier quasi neue Datei mal anlegen, dann würde man auch sehen, dass er dann am Ende das wieder ganz woanders hinlegt und während er normalerweise den Domain-User mit einem Suffix nimmt, macht er jetzt quasi Markus Punkt Suffix mit lokaler Computer-Name. Also das hat hier super gut funktioniert. Gut. Dann gehen wir im Endeffekt her und loggen uns noch mal um und laden uns das Programm SIN-Stuff. Das Programm SIN-Stuff soll uns einfach erlauben, mit mehreren Leuten gleichzeitig drauf arbeiten zu können. Das ist völlig ein spektakulär, ein relativ kleiner Download. Der wird installiert, ja, Lizenzabkommen angenommen. Es gibt noch einen USB-Redirector, der ist nicht üblich. Hier kann man sich die Editionen aussuchen. Das hängt davon ab, ob ihr eine Domain habt oder nicht. Dann wird es ein bisschen teurer oder günstiger. Wie viele Leute ihr habt, aber alles bezahlbar. Ja, und jetzt installiert er das Teil und dann booten wir den ganzen Kasten einfach noch mal neu hinterher und schauen mal, was wir dann für neue Möglichkeiten haben. So, die neue Kiste haben wir jetzt mal, also dieselbe Kiste haben wir jetzt gerade noch mal gebootet und schauen mal, was der für eine IP-Adresse hat, weil wir müssen natürlich den Namen wissen von der Kiste. Den habe ich mir jetzt nicht merken können. Und hier ist noch mal die Lizenzwarnung. Jetzt gehe ich hier in meinen Remote Desktop und das kann im Prinzip jeder Remote Desktop sein. Das kann Linux sein, iPhone, iPad, Android, Mac hier in dem Fall. und habe also hier tatsächlich mich mit beiden Leuten, mit beiden Mitarbeitern eingeloggt mit dem Remote Desktop auf die Kiste. Dann kann man das hier gleich schön sehen, wer hier wo eingeloggt ist. Mal diesen Vorspulen. So, also man sieht jetzt hier, Benutzer ist es, der Christian und der Markus sind gerade angemeldet. Beides von meiner Workstation aus und ja, was jetzt hier noch so an Fehlermeldungen zu sehen ist, dass es einfach dem geschuldet, das sind Programme, die nicht lizenziert sind, wo die Seriennummer jetzt fehlt, einfach schlampig eingerichtet der Computer. Der Punkt ist aber der, ich kann jetzt hergehen und kann einfach mit mehreren Leuten gleichzeitig auf diesem Computer arbeiten. Können das gleich nochmal hier weiter fortführen. So, hier haben wir das. Dass man also quasi nochmal sieht, wir sind jetzt hier sogar noch mit dem dritten drauf, nämlich hier ist der Administrator eingeloggt und der Administrator hat natürlich eine dritte Session, die ist lokal am lokalen, echten oder virtuellen Monitor, während die anderen Kisten schlicht und ergreifend drüben drauf sind. So, das kann man dann hier schon sehen. dass wir hier nacheinander die User abmelden und die dann nach hier rausfliegen am Ende. Und die Front Session, also drei Leute, die tatsächlich gleichzeitig da drauf unterwegs gewesen sind und noch hier zum letzten zu kommen. Damit wir es nicht vergessen, gehen wir dann zum Ende hin, also ich hätte es schon vorher machen können und wandeln noch hier diese Disk von dem Migration Pfad auf das lokale ZFS und könnten dann noch hergehen und könnten das Ganze noch mit Treibern versehen. Ja, was haben wir jetzt gewonnen, was haben wir jetzt verloren? Also wir haben im Endeffekt, haben wir uns eine eigene Hardware genommen, haben Proxmox Virtualis, also Proxmox installiert, haben den gespiegelt, haben die, alle Daten da drauf sind, individuell versioniert, also alles, was wir angelegt haben, hätten wir einzeln zurückrollen können, klonen können, wegreplizieren können. Wir haben ein altes Windows genommen, haben das virtualisiert, haben einen Domain-Controller hinzugefügt, haben Benutzer angelegt und haben dann von dem virtualisierten Windows ein Profil quasi migriert auf die neue Domäne. Das könnten wir mit beliebig, häufig könnten wir das tun, also wir müssten einfach nur die alten Profile von alten Rechern drauf kopieren. Wir hätten zu jeder Zeit einfach hergehen können, hätten Windows aktualisieren können, wäre was schiefgelaufen, hätte man es mit ZFS Rollback wieder in Ordnung bringen können und jetzt gehen wir quasi her und passen noch die Treiber an, dass die optimiert sind für Proxmox und können hergehen und können dann noch Optimierung machen, die Auslagerungsdatei wegpacken, eigene Platte für Benutzerdaten, alle Programme für alle Benutzer installieren, alle Benutzerprofile anpassen, einen vernünftigen Virenscanner drauf machen und am Ende haben wir halt den Vorteil, wir haben nur noch eine einzige Kiste zu pflegen und wir haben nur noch eine einzige Kiste, wo wir Updates machen müssen. Als Workstation würden wir hier an der Stelle Ubuntu Long Term Support empfehlen, einfach installieren, das Programm Remina aufmachen und sich wunderbar auf die Kiste verbinden. Von unterwegs geht es natürlich auch, hier würde ich nur dringend von abraten, dem Administrator Remote Desktop Rechte zu geben, wenn ihr das mit NAT rauslegt, sonst ist die Kiste ruckzuck gehackt. Ja, ansonsten ist es halt schön bequem, man kann jetzt also hier immer schön seine Updates machen, kann alles pflegen und muss jetzt nicht mehr Sorgen haben, dass wenn jetzt irgendwann mal eine Installation in die Hose geht, dass dann gleich ein Drama ist, dann muss man alles nur noch einmal machen, man muss die Drucker nur noch einmal einrichten. Scanner kann man mit so einem Tool, was es von denen gibt, noch direkt per USB durchschleifen, dafür braucht man Windows, Domain Controller ist vorhanden, Fileserver ist nicht zwingend notwendig, man kann die Daten in eine weitere virtuelle Platte von dem Windows 7, 10 Server reinpacken oder halt ins Union Venture, wie man das möchte. Also das sind die Möglichkeiten, es sind endlos. Wir haben das so mehrfach schon im Einsatz seit Jahren und seitdem ist die Welt auch ein bisschen besser. Also diese Zeiten, wo wir da mühselig mit Microsoft Thermal Server, Remote Desktop rummachen mussten, sind nicht vorbei, aber das ist eben eine Möglichkeit mit sehr, sehr kleinem Geld, ich sage mal hier so unter 2000 Euro, so eine kleine Firma, komplett von dem alten Schrott zu befreien und die alten Rechner quasi dann mit SSDs auszustatten, Ubuntu drauf zu machen, der SSD kostet 43 Euro und dann haben die einen super Remote Desktop ohne Viren, ohne Trojaner mit schnellem Lokal surfen und zum Arbeiten gehen die auf die Remote Session. Ja, denkt bitte daran, dass das eine super Lösung ist, die ist praxisnah von uns umgesetzt und getestet. Die Tücke liegt im Detail, könnt uns gerne kontaktieren unter info.sysops.de. Wir richten das auch für Unternehmen ein und wir schulen alles, was ihr hier gesehen habt, auch für IT-Systemhäuser. Ja, einfach mal anfragen, da haben wir auch spezielle Konditionen. Das war es wieder für eine wunderbare Folge Sysops TV. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für die vielen Abos und für den guten Zuspruch und auch heißt jetzt alle neuen Kunden schon willkommen hier und alle künftigen neuen Kunden willkommen und das Feedback wie immer bitte in die Kommentare und ich hoffe, es bleibt genauso nett wie die ganze Zeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen bei Sysops TV.